Einer, der ganz wild gegen die Nachhaltigkeitsinitiative keine 10 Mio. Schweiz von der SVP austeilt, ist Stefan Schlegel. Gehören Sie mehr über den grün-liberalen Berner Nationalratskandidat, der Mitglied der Stadtberner Kommission für Migrations- und Rassismusfragen ist und auf Kosten der Steuerzahler lebt. Bleiben Sie dran. Herzlich Willkommen in der Sümpfe von Bern. Vor etlichen Jahren brachte der Autor mit dem Pseudonym Ueli, der Schreiber, sehr witzige und sinnreiche Verse heraus, die alle mit dem Worten «Ein Berner namens». Lassen Sie ein Beispiel, das zum heutigen Thema passt. Ein Berner namens Kuno Kranz war sehr erpicht auf Toleranz. «Denn diese edle Geisteshaltung vermeide soziale Spaltung. Und wer nicht tolerant sein könne und anderem nicht die Freiheit gönne, nach ihrer Art zu gebärden, der solle totgeschlagen werden». Ein besonders pseudotoleranter Berner ist Stefan Schlegel. Dieser Jurist war am Institut für Öffentliches Recht an der Universität Bern und momentan für vier Jahre vom Schweizerischen Nationalfonds bezahlt. Also von Ihnen, meine Damen und Herren. Stefan Schlegel ist Nationalratskandidat der grünliberalen Partei und Mitglied der Stadtberner Kommission für Migrations- und Rassismusfragen. In dieser Funktion müsst ihr ja eigentlich neutral und sachlich urteilen. Aber nein, Stefan Schlegel schimpft auf Twitter wie ein Rohrspatz über die SVP-Nachhaltigkeitsinitiative, über angebliche Ausländerfeindlichkeit. Und er teilt zustimmend einen Tweet, der steht, ich zitiere, «Das gewählte Thema zeigt einmal mehr, welch rassistische und menschenfeindliche Denke bei der SVP multipliziert wird». Wow! Da schauen wir die Gesinnung von Stefan Schlegel. Was ihm nicht passt, ist ausländerfeindlich, rassistisch und menschenfeindlich. Und so einer hockt in einer öffentlichen Migrations- und Rassismuskommission. Stefan Schlegel amtet aber auch im Vorstand der Operation Libero. Auch die Operation Libero will natürlich die SVP-Nachhaltigkeitsinitiative bekämpfen. Und zwar mit dem Verteilen von Kondomen am SVP-Wahlfest vom 26. August. Originalton, die SVP soll ihren Hass nicht vermehren. Pua! Wenn es der Operation Libero wirklich ernst wäre, müsse sie auf Afrika die Kondom verteilen. Dort wächst die Bevölkerung alle zwölf Tage um ein Million. Und das, meine Damen und Herren, ist alles andere als ökologisch nachhaltig. Immerhin wissen Sie jetzt, dass Sie als Steuerzahler, der den Nationalfonds finanziert, auch gerade noch den Lebensunterhalt vom Politaktivisten und SVP-Hasser Stefan Schlegel müssen zahlen. Die beste Antwort darauf ist einfach. Unterschreiben Sie die Nachhaltigkeitsinitiative. Kämpfen Sie mit gegen eine 10-Millionen-Schweiz. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Video der Woche. Die GLP von Stefan Schlegel hat eine Gender-Pitch-Night durchgeführt. Fragen Sie mich nicht, was das ist. Aber an diese Gender-Ausrichtung haben nicht einmal die Green-Liberalen gedacht. Du hast deine Liebesgeschichte lange geheim gehalten. Genau, richtig. Dafür gab es einen Grund. Ja. Magst du es mir erzählen? Ja, der Grund ist, dass ich objektophil bin. Und das ist eine Sexualität, wo man auf Objekte steht. In dem Fall ist es bei mir die Boeing 737-800, also ein Flugzeug. Und ich habe ganz lange Angst gehabt auf die Reaktion meiner Mitmenschen auf Hass und habe es deswegen sehr, sehr, sehr lange für mich geheim gehalten, weil das bei der Menschheit noch nicht so wirklich angekommen ist, dass es auch noch andere Sexualitäten gibt. Das heißt, man entwickelt, erklär es mir mal genau, man entwickelt eine erotische Leidenschaft? Also ich sage immer so, man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt einen anderen Menschen liebt, es sind genauso Gefühle da, als ich mein Objekt der Begierde gesehen habe. Ich hatte Herzrasen, Bauchkribbeln und wollte dem Objekt dann auch nah sein, hatte dann Gefühle. Irgendwann, wenn ich dann zu Hause war, war ich traurig, wenn das Objekt nicht da war und wirklich, wenn man einen Menschen liebt, wirklich richtige Gefühle entwickelt und dann kann man mit dem Objekt genauso eine Beziehung eingehen. Jetzt auch wie mit einem Menschen, muss aber klar sagen, der Unterschied zu einem Menschen ist natürlich, die Kommunikation ist nicht da. Es ist ja einseitig. Naja, es fängt ja schon damit an, dass du immer sagst, das Objekt. Also ich finde, mein Mann könnte den Titel auch manchmal verdienen. Aber vom Grundsatz her, das unterscheidet uns ja in der menschlichen Liebe miteinander. Das sind ja Menschen, die Namen tragen, Menschen, mit denen wir einfach Persönlichkeit verbinden. Inwiefern deckt sich das denn mit deinem Objekt? Herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Ich melde mich wieder nach einer kleinen Sommerpause im August. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017